Ich hab für dich gesungen. So, wir werden dir jetzt auf Play klicken und dann... Machst du den, wo man auf Play klickt? ...eineinhalb Minuten nur dir. So, hoffentlich haben wir einen Ton. Was ist denn das wieder für uns? Ein alkoholfreies, das ist doch wohl auch Spaß zu allem Überdruss. Ich kann so, doch nicht werken, da drehe ich am Rad. Und glaub für bitte aus, wird schon zum Pfad. Peter Pakult, Peter Pakult, Peter Pakult... Was rauen Sie da für Wuchtel, meine ich? Peter Pakult, Peter Pakult, Peter Pakult, Peter Pakult... Oh, 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 Peter Pakult... So viel Blödheit, wie sie da erzählen, ist schon einmal grinsenswert. Immer gut gelaunt, nie krank dich ständig heiter, Freunde hat ja viele, alle lieben ihn, weil er ist wir, ist eine echte frohe Natur, dazu ein frommer Christ, er lebt sehr bescheiden, nur ein Wunsch ist groß, er möchte so gerne. Ein Buchstifte, der Ursch. Sensationell. Leg ein Malbuch auch noch dazu. Ist das schon auf YouTube? Noch nicht, nein, nein. Das muss, das wird ja noch der größere. Wir dürfen es bringen, ja. Verstehen Sie, das wird ja noch, das ist ja noch. Du setzt nicht den Rotstift an. Nein, Gegenteil, das wird ja noch. Vielleicht geht das wieder, soll man es gleich in die Bild-Zeitung schicken? Alle können.